Sicher unterwegs mit dem Bus In diesem Film erhalten Sie Tipps für sichere Busfahren. Halten Sie einen Meter Abstand. So kann die Haltestelle optimal angefahren werden. Wenn Sie mehr Zeit zum Einsteigen benötigen, drücken Sie die blaue Taste. Dann bleiben die Türen länger offen. Wenn Sie ganz vorne einsteigen, hat Sie der Chauffeur stets im Blick, bis Sie Platz genommen haben. Auch bei der zweiten Tür kann der Chauffeur Sie durch den Innenspiegel beobachten, bis Sie sitzen. Mit dem Rollator steigen Sie am besten bei der Tür mit dem Rollstuhlzeichen ein. Nach dem Einsteigen den Rollator sichern und sich hinsetzen, aber niemals auf den Rollator. Wenn Sie die blaue Taste drücken, haben Sie mehr Zeit zum Aussteigen. Stehen Sie erst auf, wenn der Bus angehalten hat. Warten Sie, bis sich der Bus gesenkt hat und geben Sie nach dem Aussteigen den Türbereich für die anderen Fahrgäste frei. Ziehen Sie beim Aussteigen Ihren Einkaufswagen nach, so vermeiden Sie einen Sturz. Drehen Sie sich mit dem Rollator. Halten Sie die Türstange fest. Mit der anderen Hand halten Sie den Rollator. Steigen Sie rückwärts aus. Erst dann ziehen Sie den Rollator nach. Mit Stadtbus sind Sie gut und sicher unterwegs. Wir sorgen dafür. Gute Fahrt!